Bei der am 25. April 2021 vorgenommenen Wahl zum Kirchenrat und zur Gemeindevertretung sind folgende Mitglieder gewählt worden. Beim Kirchenrat Helga Assink, Judith Kunz, Lars Lötten, Jutta Nolders und Frank Heussmann. Bei der Gemeindevertretung Heidi Abel, Günther Arns, Hermann Hess, Bianca Krabbe, Fener Sönnecker und Helmut Vogel. Die Niederschrift über die Verhandlung des Kirchenrates zur Feststellung des Wahlergebnisses kann zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros von jedem Gemeindeglied eingesehen werden. Montag, Mittwoch und freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr. Jede wahlberechtigte Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche, nachdem das Wahlergebnis im Gottesdienst bekannt gegeben worden ist, die Wahl durch schriftliche begründete Beschwerde bei dem Moderamen des Sozialverbandes Grafschaft Bentheim, Ortmarsummannweg 4, 48 von 27 Nordhorn, anfechten. Die Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Wahl nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechend durchgeführt worden ist oder dass Handlungen, die in den anerkannten Wahlgrundsätzen oder dem Wesen einer Wahl zu einer kirchlichen Körperschaft widersprechen, begangen worden sind.